Ja, geiles Wetter, ne? Ich würde sagen, der Sommer ist da. Ja, das kann man wohl so sagen. Weißt du noch, letztes Jahr an diesem See, Königssee? Königssee, ja, da war Fun in the Sun. Ja, das war fett letztes Jahr. Richtig gut. Das ist übrigens hier. Ach ne, echt? Ja, wir sind an der gleichen Stelle wie letztes Jahr. Ja, stimmt, das blaue Wasser kann man wohl erkennen. Das ist ganz gut. Der Tiki Jones war das und hier, Clemens Brock war dabei. Einige DJs, wir waren mit am Start. Das war richtig geil. Zelt mit der 90er Area habt ihr auch noch gehabt. Ja, genau. Ich glaube, das ist dieses Jahr wieder. Ah ja. 8.07. Guck mal, ihr liegt im Plakant. Am 8.07. Am 8.07. Das ist wieder Fun in the Sun. Mit uns, den House Destroyern. Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei und feiert mit uns. Der geilste Location überhaupt. 16 Uhr geht's hoch. Geht's. Ja, ich bin mega. Da geht's hoch. Ja, ich bin mega. Ja, ich bin mega. Ja, ich bin mega. Und dann habe ich mich wieder. Ja, ich bin mega.